Huhu Freunde, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letztes Mal sind wir hier mit der Gargantula gecrasht und hier im Zinnengebirge gelandet. Und da haben wir den Donnergott Ramuh getroffen, der uns hier eine kleine Quest gegeben hat. Wir sollen eine Geschichte erzählen und dazu müssen wir ihn fünfmal finden. Und dann probieren wir das doch mal. Erstmal gehen wir hier unten die Schatzkiste holen. Mithril Wester, okay, haben wir schon. Und da haben wir schon gesehen, hier hinten ist er letztens verschwunden und da ist er. So. Ich klicke das einfach mal weiter. Die Erzählung vom Mensch sei noch viel. Weil ich muss die Geschichte sowieso später noch komplett vorlesen, die lese ich dann komplett später vor. Jetzt erstmal... Hey, ich will zur Schatzkiste geh weg. So. Die Erzählung vom Kooperieren. Noch drei. Alles klar, schwöre ab. Hier gibt's noch eine Organik. Toll. Also wer... Wer jetzt noch mit der Aurora rumrennt, der hat echt Probleme wahrscheinlich. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Ah, genau, hier hinten. Können wir hier hoch? Nee. Aber hier gibt's noch einen alten. Der ist ja nirgendwann vom Schweigen. Noch zwei. Okay, ich muss irgendwie da auf diese Ranke kommen. Aber das geht wahrscheinlich von einer anderen Stelle aus. Dann gehen wir nochmal zurück. Von hier sind wir doch gekommen. Geben wir erstmal hier nochmal hin. So. Und wir gehen gleich mal zum Anfang zurück. Das ist nämlich sehr tricky von dem Alten. Ganz am Anfang ist er nämlich auch nochmal. Okay. Die Erzählung vom Hellentum. Noch eins. Okay, wir haben ihn fast komplett gefunden. Einmal noch. Ja, übrigens, ich hab ja gesagt, hier ist Monty, den wir schon aus dem verwünschenden Wald kennen. Ach, das ist er auch nochmal. Die Erzählung vom Anfang. Somit ist die Geschichte vollständig. Gut. Können wir dann den Bereich dann schon verlassen. Denn dann müssen wir ihm die Geschichte erzählen. So. Ich glaub, ich geh jetzt erstmal hier runter. Ja, nicht nur, dass hier Monty aus dem verwünschenden Wald ist, sondern hier ist auch die Musik von verwünschenden Wald, falls ihr das gehört habt. Jetzt kommen wir wieder hier hin. Wie komm ich da rechts drauf? Ich will da rauf. Na gut. Ja, das finde ich schön, dass sie die hier nochmal gemacht haben, weil die ist nämlich super. Die Musik gefällt mir sehr gut. So, und da unten ist schon der Ausgang. Das heißt, ich muss nochmal zurückgehen. Ähm, irgendwie am Anfang muss es sein. Oder wie gehen wir hier lang? Wollen wir hier schon? Keine Ahnung. Ja, leider kommt die Musik von der Höhle des Ewigen Eises nicht nochmal. Das wäre auch schön gewesen. Aber die passt halt nur auf eine Eishöhle. Und hier haben wir die Wüsten-Skorpios. Gegen die haben wir ja schon mal gekämpft. In der Wubu-Wüste oder wie die heißt. Halt da, wo der Klärerstamm steht. Und die sind natürlich alle angeschaut. Ist ra. Dieser ein Popf wird. Hier haben wir Feuer frei. Und jetzt haut Feuer auf uns. Der Mistack. Pack nicht deinen Stachel aus. Ist ja eklig. So, normales Eis. Ich muss reichen. Kiki? Ja, ich, ähm... Oh. Uh, so ist gut, wir haben nicht Gift und Kalle angelegt. Ja, der... Der Lili müssten wir eigentlich, äh, dem... ...ein anderes Dings geben. Noch was anderes zum Anziehen, und zwar die... Ach, wie heißt's? Das Baumwollkleid, da würde sie noch Apotheker lernen. Normalerweise würde dann unsere... ...unse Abwehr, der was in den Keller geht, das ist bei den Gegnern hier einfach zu gefährlich. Deswegen, ähm, warte ich, bis ich die noch bei einem anderen Accessoire lernen kann. Wo die Werte dann nicht so stark sinken. Uh, das war ja reiche Ausbeute an Items. So, und geh nochmal hier zurück. Wo hab ich jetzt hier da was übersehen? Da hinten geht's doch runter. Ja, komm ich da irgendwo lang? Nee! Hm, irgendwie nicht. Äh, ich bin etwas ratlos gerade. Ah ja, ich schaue dann... ...ich schaue dann gleich nochmal nach, aber vielleicht finden wir noch einen Gegner, den wir nicht kennen. Nein, das sind wieder Wüsten-Skorpius. Egal. Die stecken wir auch noch in die Tasche. Sie dann klaut mal wieder schön. Und, ja. Wir haben noch eine Vita auf alle am besten. Oh, wie viel sind raus. Dann würde ich sagen, mach meinen Sack gleich mal zu. Wüsten-Skorpius-1. Wüsten-Skorpius-2. So. Oder wir hätten noch zweimal auf alle machen können, wäre auch gegangen. Danke für den Jadestein, Kumpel. Oh, das ist ja auch noch dran. Hau doch ab. Ich frage euch übrigens, warum wir so einen Wüstengegner kommen, zu einer grünen Waldgegend. Da fand ich den bei... ...bei der Wüste und den Claire stammen ja etwas treffender, etwas passender. Aber die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, die Entwickler. Klo, Klo, Klo. So, ich glaube, wir lieber was nicht mehr machen. Die Sache ist geritzt, glaube ich. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, dass jemand mal so ein Zauber ausgewichen ist. So ein Elementar-Zauber. Obwohl es ja eigentlich den Status-Attributs Zauberreflex gibt. Aber ich weiß nicht, ob sich das nur auf andere Zauber auswirkt, wie Zustandsverändernde Zauber. Oder wenn es jetzt zum Beispiel die Blaue AG, die Quina hat oder so. Da bin ich leider etwas überfragt. So, wo gehe ich denn jetzt lang? Gehen wir mal hier nochmal hin. Genau, jetzt kommen wir da hin. Geht's hier irgendwie hoch? Dann geht's ja bloß zu dem alten hinter. Kann man hier hoch springen? Dann muss man von da unten von dem Wasser kommen? Ne. Okay, Leute, einen Moment. Ich suche schnell, wo das ist. Tja, so Leute. Ich hatte ja, glaube ich, schon gesagt, kann man da irgendwie hoch springen. Das war schon gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Man muss nämlich runter springen. Aber an der Stelle, wo wir jetzt auch nicht hingegangen sind, weil da schon der Ausgang in der Nähe war. Ich hätte einfach nur ganz normal weitergehen brauchen, dann hätte ich's schon gefunden. So, das sind wieder Wüstenskorpios. So, da kommt ja, die kleinen Viecher. Um, 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 um. Okay, gleich mal auf die Damen. Gleich gleich wegheilen deinen bösen Schaden. Ich mach mal Eis rauf beide, mal sehen, ob das reicht. Ich glaub aber nicht. Fire Burst. So, Lilly und Zidane sind auch da, den Tron sehe ich gerade. Hatte ich euch jetzt mittlerweile die Zeitenflamme gezeigt? Von Zidane, ich glaub schon, ne? Aber wir haben auch schon wieder andere Fähigkeiten da bekommen. Und was mir auch auffällt, wie lange wir die Organik jetzt schon haben. Die haben ja schon, seit wir in Lindblum schmieden waren. Auf CD1 war das ja schon. Jetzt sind wir schon ziemlich weit im CD2 fortgeschritten. Aber keine Wange, es gibt noch genug Schwerter für... ...für den guten Zidane. Sehr gut, Lilly, du hast einen besiegt. Mit einem Prügelknaben. Mit einem Schießprügel. Und das war's für dich. Und tschüss. Hiwi, freu dich doch mal. Du hast einen besiegt. Lass dich nicht so hängen. Dann sag mal, wann lerne ich denn mal wieder ein paar neue Abilities hier. Das geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich will lernen. So. Was war der Nächste? Okay, wenn das wieder ein Wüstenskorpio oder so ist, dann schneide ich es raus. So, das war ein Zacknar. Den haben wir ja schon gesehen. Natürlich kam jetzt die Trance von Zidane. Wunderschön. So. Und wir haben diesmal was Neues gelernt. Äh, lasst mich kurz... Wir müssen bei Zidane ein anderes Accessoire ausrüsten. Zauberstiefel. Ja, gut. Nehmen wir die Zauberstiefel mal. Oh, Hermesstiefel ist auch bald fertig. So, und der Reflec-Creme braucht immer noch eine Weile. Den brauchst du dann auch. Und wir haben hier Levitas fertig gelernt. Das können wir uns auch noch kurz anschauen. Was macht Levitas eigentlich? Da haben wir es. Ach ja, Reflec übrigens. Reflektiert Zauber. Genau. Und das Levitas Zielobjekt schwebt. Ja, das macht man normalerweise auf sich selbst. Um sich zu schützen vor Erdattacken. So. Ach, hier geht's lang. Zack, 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 zack. Und jetzt können wir hier runterspringen. So geht das. Hatte ich vergessen. Ähm. Ich musste nochmal nachschauen. Okay, jo. So. Rüberspringen. Und ich hoffe, das ist jetzt ein toller Schatz. Mitre am Ralf. Na super. Dafür geht der ganze Aufriss. Okay, jetzt müssen wir wieder dahin, wo wir hergekommen waren. Hier hoch geht's. So, und ich will euch den einen Gegner noch zeigen, der hier kommt. Und dazu suche ich jetzt mal ein bisschen. Also, bis gleich. Und der ist der schon. Ich brauchte gar nicht Schneiden. Das sind Vampire. So. Ach, ich hab immer noch nicht Hälter verteilt. so neben ihrem gekratze was mich herzlich wenig juckt haben die noch eine andere fähigkeit und zwar wie man es für einen vampir genau merken würde oder annehmen würde können die blut saugen das ist nicht genug das hat er jetzt ziemlich wenig schaden gemacht sie haben aber noch die zauber mehr blut und noch mehr blut die also mehr blut macht viel mehr schaden als saugen und dann gibt es noch noch mehr blut das könnte uns sogar mit einem schlag umhauen das sehen ich mach mal analyse auf einen von denen natürlich halten sie sich immer hoch wenn die blut saugen so wie wir unseren zauber saugen machen dritzel 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 und für die vier habe ich tontaube angelegt und zieht da ein bisschen mehr schaden hier macht bei denen der linke der 12 so eine mische kann fliegen feuer element anfällig mit der feld anfällig klammend krecher leider nicht gehen aber mit feuerkampel machen wir mal normales feuer die wir noch eine chance nachher macht ihr das normale blut saugen Naja, dann nicht. Okay, eine Chance gebe ich denen doch trotzdem noch. Zeig's mir, zeig's mir, zeig's mir. Nein, die Schleife gestanden. Mehr Blut. Oh, das ist die Level 2 Attacke. Ja, die macht schon etwas mehr Schaden. Aber jetzt reicht's mir mit dir. Zack, Feuer auf dich. Lange genug gespielt. Jetzt machen wir ernst. Und tschüss, das war's mit dir. Du böse Tier. Besorg dir dein eigenes Blut. Wir sind hier nicht deine Fressfarm. Und immer hast fertig, okay. Das kann ich dann gleich ausrüsten. Oder umrüsten, aber das mach ich dann ohne euch. Jetzt gehen wir mal zum Ausgang hier. Das Ramuh wieder. Es ist dir also gelungen, eine zu finden. Jetzt erzähle mir die Geschichte. Aber Vorsicht, die Geschichte besteht in Wirklichkeit aus vier Kapiteln. Ein Kapitel ist falsch. Sei also vorsichtig, welches, welches, welches du willst. Okay. Ja, und diese Geschichte ist übrigens die Story von Final Fantasy 2. Was ich leider noch nicht gespielt habe. So, also das kommt mit Sicherheit am Schluss hier, oder? Nein, das ist ja erstens. Das ist Anfang. So, dann. So, dann. Rückweg, dazu muss man erstmal hingehen. Und das ist das hier. Kooperieren. Dann kommt Schweigen. Und dann kommt eins der beiden Enden. Ich werde euch beide Enden zeigen. Ich mach an der Stelle mal einen Safe State. Einen Moment. So, als erstes nehme ich mal Heldentum. Nun lass mich deine Geschichte erzählen. Zu einer Zeit, als die 33 Kleinstraaten sich gegen das Kaiserreich auflehnten, lebte Josef mit seiner Tochter in einer Kleinstadt. Eines Nachts bat ihn ein flüchtiger Offizier um Hilfe. Josef legte ein und sie machten sich mit einem kleinen Trupp auf den Weg und fanden Zuflucht in einer Höhle. Um in das Schloss des Kaisers Eindringen zu kennen, galt es, die Glocke des Amateras zu finden. In den Tiefen der Höhle besiegten sie Anaman Taimai und ergatterten die legendäre Glocke. Auf ihrem Rückweg wurden sie in einen Hinterhalt gelockt, aus dem sie nur entkamen, weil Josef sein Leben opferte. Der Offizier vielleicht verließ später die Stadt, ohne der Tochter Chanel ein Wort zu sagen, die immer noch auf die Rückkehr ihres Vaters wartete. Also die Namen sind wahrscheinlich vertauscht hier, wie der Josef Chanel hier vorkommt, was denn der Name des Übersetzers ist? Historiker belegen, ob der Steinschlag ein Hinterhalt war oder nicht, dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Tochter ihren Vater verloren hat. Folglich zeugt die Geschichte von der Hellenhaftigkeit des Offiziers, der in Schweigen gehüllt die Stadt verließt, denn so entscheidet die Nachwelt über die Hellenhaftigkeit Josefs. Sind diese vier Kapitel deine Wahl? Ja, mach mal so. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchen Gründen hast du der Erzählung eines Helden ein Höllentum gegeben? Nur jemand mit konsequenter Handlungsweise wird meines Erachtens von den Menschen akzeptiert und respektiert. Ist es eine alte Legende über einen großen Helden, so muss er mit dieser damaligen Handlungsweise dieser Legende gerecht geworden sein. Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich hören, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nie vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Okay, das war die eine Geschichte. Jetzt werde ich kurz den Spielstand laden und euch die andere Version vorstellen. Einen Moment. Okay, und jetzt wähle ich Mensch sein. Was ich auch persönlich lieber wählen würde, weil damit kann ich mich besser identifizieren als mit so einem Superhelden, der keine Fehler hat und keine Makel und so ein tugendhafter hält. Ja, ich bin eher ein Mensch, ein normaler Mensch. Soll es Mensch sein, sei mein Kind. Nun, dann lass mich deine Geschichte erzählen. Okay, das kennen wir schon. Historiker belegen. Der angebliche Hinterhalt war nur eine Ausrede, um das eigene Missgeschick zu vertuschen. Das zurückhaltende Verhalten des Offiziers gegenüber der Tochter zeugt von seinem schlechten Gewissen. Auch der Held ist letztendlich nur ein Mensch. Tja, wir sind alle, haben alle unsere Schwächen. Deswegen mag ich zum Beispiel auch hier diese, manche Superhelden nicht, wie zum Beispiel Superman. Das ist das beste Beispiel dafür. Dann mag ich lieber diese gepochenen Helden, wie zum Beispiel Batman, jetzt in den neuen Filmen oder auch The Watchman oder so. Okay, wir nehmen die. Eine letzte Frage, mein Kind. Aus welchem Grund hast du der Erzählung eines Heldens in der Menschsein gegeben? Hm. Damit ein Held nicht in Vergessenheit gerät, benötigt es eine gewisse Nähe zum Volk, damit seine Legende von Generation zu Generation weitergegeben wird. Mit seinem fürsorglichen Verhalten liegt der Held so lange in den Köpfen der Menschen, dass die Erzählung immer weitergegeben wurde. Deine persönliche und ehrliche Meinung möchte ich an, mein Kind. Meine ehrliche Meinung? Auch jetzt, wo ich so weit von meinem Volk entfernt bin, habe ich es doch nicht vergessen. Deine Seele ist erfüllt von Schmerz und Trauer. Wenn dieser Schmerz durch das Wiedererlangen der Beschwörungsmagie gelindert wird, so sollst du meine Seele erhalten. Hab vielen Dank. Viele Wege führen zum Ziel, aber verliere deinen eigenen nicht aus den Augen, mein Kind. Und wir erhalten den Peridot. So. Und die anderen haben angespannt zugehört. Jetzt kann ich bestimmt... Also, auf nach Lindblumen. Hey Opa, bist du echt schon weg? Okay Leute, nächstes Mal werden wir hier das Zin-Gebirge verlassen und mal schauen, wie sich das auswirkt mit dem Peridot, was wir damit machen können. Und wir werden mal sehen, was da mit Lindblumen alles vor sich geht. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 at lord. Vielen Dank.